So meine Lieben, also wir fangen dann mal an mit einer ganz leichten Step-Kombi, auch für Leute, die noch keinen Step gemacht haben. Ihr braucht keinen Step, ihr könnt das auf dem Boden einfach auch machen. Ist nicht ganz so anstrengend, dann müsst ihr es eben sechsmal machen. Wir machen es sonst nur dreimal. Viel Spaß! Nicht jeder hat einen Step von euch, insofern will ich euch mal zeigen, wie es ohne geht. Einfach sich einen Step vorstellen, vor Geist im Auge und los geht's, mach! So, hier noch. Und basic. First Step. Geht ganz einfach und sogar nicht so anstrengend. So, das Ganze nochmal links. Basic Step. Arme vom Bruch dazu nehmen. First Step. Mia. Repeater. So, der zweite Teil. Leg Curl und Straddle. Wir gehen einmal rum. Hui. Mambo Cha Cha. Hui. Leg Curl. Dreimal oben. Leg Curl und Straddle. Reuch. Ich habe einen Fehler gemacht. Manbo Cha Cha. Und drei, zwei, eins. Mach schon gesagt. So, nochmal. Mit links. Leg Curl. Bleib hier. Fehler gehört zum Leben. Ich übe das einfach, weil ich sonst keine mache. Leg Curl. Da ist weg. Da ist weg. Runbo Cha Cha. Und kick. und drumherum um das gedachte Step und das Step in den Lach so und wir schalten nochmal jetzt mit links vorne und hinten einmal drunter hoch Start Step Lach und aus und aus